Kannst du bitte versuchen, dich an... Anpassen, ja? Psst, so wie meine Schwägerin. Die Hildegund, warst du so tot, als hätte sie keine eigene Persönlichkeit, damit sie in euren norwegischen Weihnachtskult passt? Weihnachtskult? Ja, Weihnachtskult mit euren verrückten Uniformen und seltsamen Ritualen. Ich verlange doch nicht, dass du dir die Haare blond färbst oder ab jetzt nur noch norwegisch sprichst. Das wär leichter. Ich will nur, dass sich meine Familie für uns freut. Wieso sollten sie sich freuen, wenn du mich zwingst, Schweine fett zu essen? Das ist die Tradition. Babys werfen Menschenopfern und Steinigungen sind auch Tradition. Aber deshalb sind sie noch lange nicht gut. Thea? Ja? Können wir bitte später darüber reden? Nein, denn es regt mich jetzt auf. Es ist Heiligabend. Und das ist die Antwort auf alles? Wieso gehen Atheisten in die Kirche? Es ist Weihnachten. Wieso baden wir in Eiswasser? Es ist Weihnachten. Wieso verstecken wir unsere Gefühle? Es ist Weihnachten. Der Weihnachtsmann ist da. Der Weihnachtsmann ist da.